Klein, leistungsstark und enorm spritsparend. Das sind die Hauptmerkmale des neuen Dreizylindermotors von Ford. Mit nur einem Liter Hubraum liefert der neue turbogeladene Ford Benzin-Direkteinspritzer bis zu 120 PS. Genug, um für ein dynamisches Fahrerlebnis zu sorgen. Dass sich der Kunde über so wenig Verbrauch freuen kann, liegt an einer Reihe von Innovationen. Indem der Kühlkreislauf bei kaltem Motor zunächst den Zylinderblock umgeht, wird der Motor schneller warm. Das senkt die Reibung im Motor, somit den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemissionen, vor allem in der Kaltstartphase. Die Nockenwelle wird über einen in Öl laufenden Zahnriemen angetrieben. Der Effekt auch hier. Die Reibung wird minimiert und dadurch Sprit gespart. Die variable Ventilsteuerung optimiert den Luftstrom in den Brennraum bei allen Drehzahlen, insbesondere im Teillastbereich und bei vollem Drehmoment. Sie ermöglicht auch den sogenannten Skavenjing-Prozess, wenn Ein- und Auslassventile gleichzeitig geöffnet sind. In diesem Prozess werden Brennrückstände ausgespült, der Brennraum gekühlt und der Turbolader gleichzeitig durch den starken Luftstrom angeregt. Bei der Direkteinspritzung der zweiten Generation sitzt die Einspritzdüse zentral und sorgt für dichtere und gleichmäßigere Gemischbildung. Das begünstigt eine effizientere Verbrennung und senkt den Spritverbrauch. Da auch eine mehrfache Einspritzung möglich ist, wird die Gemischeinspritzung stets auf das aktuelle Anforderungsprofil eingestellt. Die Ford-Ingenieure haben auch den Abgaskrümmer neu gestaltet und in den Zylinderkopf integriert. Das neue Design spart Gewicht und erhöht die Laufruhe des Motors und optimiert den Abgasstrom. Die direkt ansprechende Turboaufladung erhöht das Drehmoment schon bei niedrigen Drehzahlen. Die Turbinen sind extra klein mit entsprechend geringer Trägheit, sodass das kraftvolle Drehmoment sofort bereitsteht. Die Kurbelwelle ist ebenfalls reibungsoptimiert. Auch diese Maßnahme hilft, den Kraftstoffverbrauch zu senken. Die hier erstmalig zum Einsatz kommende zweistufige Ölpumpe sorgt dafür, dass der Öldruck im Motor über das gesamte Drehzahlband im optimalen Bereich bleibt. Weniger Kraftstoffverbrauch, weniger CO2-Emissionen, dafür mehr Leistung und mehr Fahrspaß. Der neue Ford 1 Liter EcoBoost vereint zukunftsweisende Technologien, die heute schon verfügbar sind.